Well, hallo! Hier bei Rancho Guanavista, Strucklo Manitoba. Ich wollte Ihnen von der Mal Wort wissen, wenn Sie früher in dieser Zeppelin oder Gürtentrasch schnieten, werden Sie noch nicht verraten. Sie hat sehr schön, checkt einmal da. Mir wird es ja immer sehr schön. Und auch hier ist das in der Halle schnieten. Ich habe die Bär doppelt oder allein. Und das ist das, was der Sekret ist, Geheimnis ist, ein Schrappet-Masser. Ein sehr Schrappet-Masser. Und ein Pfennet-Masser. Nichts und was die alles vor, ab dem zweiten Herrn zu sehen, wie Sie sehen. Aber ich kenne mal da. Ich kenne mal da. Wo auch noch ein, ist es dort. Geht los, sei es ja schön. Was meine Frühe sagt, da, wo ist das, wo ist das? Hier ist das sehr schön. Gonnaen mal da. Das ist das schön. Mir ist das. Ohohoho, wo ist das schön schön. Ja, ich kenne mal da. Das ist großartig, das kann ich mir aus dem comforten mit der Gürtentrasch schnieten und nicht in der Nachbar machen sich für einen Donaldson, aber ich kenne mal da. Ich kenne mal da. Guck mal da. weiter baut das so dauernd einer das maße hier die nockel das ist dort verbietet aber nächstes da schnitt er sich einmal den dümen auf, da hat er auch mich gelehrt wurde er nicht mehr dauernd, aber checken das dauernd dann hat er das maße hier die nockel hier das ist das so für die jetzt und dann kommt einer boosig das jetzt sei erscheinen dann koste ich auf eine gröde herr gröten 2 schneiden ok dann das nächste da werden wir vielleicht schmonfarben hier sind das engen wo der wartel wird, dann schneiden wir uns das so in der haufe das ist das nächste dauernd und dann das warteleng, das ist das top hole dann dort löten wir ab einengen und dann können wir hier so das engen schneiden vielleicht ein achtelzahl der engen hier wartelengen abjahnengen und dann wagen wir uns das dort, wieder einmal so ein großartiger geräusch aufhahn zum zäppel fern geschnitten zum schmon vermerken oder so wieder und dann da war ich dann fern geschnitten und dann ist das, dann achtelzahl üben ein und dann haben wir bei so'n wunderschöne zäppeln, dann hier in der haufe einbiet, das ist das, über die schnaufe das schnäufe ist das auch für ein wunderkraken, das geht bis heute in die morgens in schnaufe die geheimnis ist, dass die Marten schrauben maße haben, weil wir dort nicht haben das schneiden, den schrauben das schrauben maße, hier war er, hier wird das Warteleng, das war wach von uns und dann war's da im achtelzahl da ein schnitt geschnitten. Das ist dort. Und dann habe ich aber sehr, sehr verwendet, was für Wokamole oder Picotigayo oder. Das ist dann wohl. Und ich kann es vielleicht sagen, dass ich hier einen Schlemsamfänger habe. Das ist nicht von dem hier. Ich hatte gestern einige Zeppelnrahmen am Boden. Und ich wollte ein bisschen was von der Stücke, die vier Tasse mit dem Schleppelmaß und nun mit den Fingern stecken. Aber das hat nichts von diesem Zeppeln zu tun. Wir haben hier, das ist der Wartel, Engweide. Dann ist das. Ich brauche das Zoll hinten ein. Dann will ich die Zeppeln wählen. Ich will von dem mit Taco Fleischbrotten. Dann darf ich das das. Und wenn ich, dass jetzt so ein Bösechen, das ist schein, wie wir uns hier das sehr schein machen, eben am Schaufen. Du, ach, kicken wir mal an. Woh. Wann haben wir eine neue Idee? 2-3 Minuten? Nun ist aber bereit, ein Picotigayo oder Taco Fleisch oder whatever du erst merken. Das ist jetzt so ein schein, wenn die Dünn, die Früchte wird ganz verschneiden. Äh, dauert das aber wahrlich. Das jetzt sei ein schein, draufstehen muss. Die vierten einen, dass sie daert, der Böse wird in der Durban. Dann schein. Rösche von der Wüste, Ströckler, Manitoba. Well, hallo. Hallo und willkommen hier in den Ströckler, Manitoba. Von der wo wir ein bisschen essen möchten. Ich weiß, die haben alle an Seierschwein fern guten gemerkt und die haben vielleicht Tarps gesagt. Und dann kriege ich Siffel-Tarps. Äh, so eine Stadt, weil es Kalabasita, Tarps, Zucchini. Und dann, äh, wir haben, dass wir jetzt hier mal, wo wir alles mit Tarps machen. Äh, wie haben wir es? Äh, wir haben eine Karps, ihr Bruder eine Karps, die hat mir eine Aulde. Okay, von der wo wir einmal was anderes machen. Hier haben wir die Hüt von Schille Regeno. Von der wo wir Kalabasita Regeno machen. Vagestabte Karps, äh, Zucchini. Äh, das ist ja noch eine Fede, wo wir eine Kornakartoffladung machen. Und von der wo wir schein, Ich habe mich noch interessiert, ich habe noch etwas anderes, aber ich habe mich noch mit Schall. Das war meine Großmämme, sie mussten noch mal zu da und auf der Weg. Von daher habe ich mich noch interessiert, wie wir in Mexiko in der Boi, wie wir dort in der Kressel sind, das war eine Becker-Ütteilung, da macht die oren Menschen da. Und dann, wie wir in der USA, läuft hier ein bisschen nur früh, der geht von der Stadt, aber der wird all in der 30 Jahre alt. Und der läuft uns dort zu Unkers an, und die werden alle so scheibe und gehungert. Und dann hat er so eine vollgestrafte Tarps, für die Unkers, und ich will Ihnen sagen, das regt noch nicht an. Und wir können das Hohlweig-Sort essen. Aber, wenn wir hier noch treiben und ich fühle, wir wollen das dann noch an, dort alle abgehen. Aber das schmeckt so schein. Und von der will ich dort merken. Und muss sagen, dass Sie dort interessiert. Dank schein. Okay, wir wollen gestoppt Karps melken. Wir haben hier drei Karps. Wir haben hier zwei Fingeschnedene Zippeln. Wir haben hier Finges Garlic, Chisnek, ein bisschen Pfeffer, drei schleunen Äger. Hier ein bisschen Mehl. Dann haben wir ein bisschen Mäldet Rindfleisch. Dann haben wir ein paar Jalapeno, Pepperschelten. Und dann haben wir die Aufhange. Okay, das ist die Zippeln Brünnbröden. Wir können wieder schwingen, oder ich brauche hier, ein bisschen Olive Oil. Nu haben wir Brünnbröden, und dann wieder. Und dann wollen wir die Zippeln Brünnbröden. Dann dürfen wir noch ein Stück drei Jalapenos machen, mit Zutigtaub. Und dann, da wird der Ola Zäuerfenderich bröden, und da wird das Fleisch hier nehmen. Okay, dann dürfen wir das Fleisch alles machen. Ich mache die Zippeln, und die Jalapenos. Und das werden alle Fingurbröden, und da werden wir das an die Charpsen anstaben. Und dann dürfen wir noch ein bisschen Echaken machen. Fingeschnitte Echaken. Dann dürfen wir hier nicht Echaken brüden, und dann werden wir noch ein bisschen Pülver machen. Dann müssen wir hier noch ein bisschen Pülver machen. Ich lege einmal mein eigenes Grube-Peper an, und dann werde ich es durchbroden. Okay, und dann dauern wir hier noch ein Klinbästchen-Salt machen. Wir werden hier noch ein Klinbästchen-Salt machen. Und dann werden wir hier noch ein Klinbästchen machen. Okay, das wird jetzt mal wiesen. Dann nehmen wir die Kerbs, und wenn ich es raus bin, ein bisschen in den Hals schneiden. Und dann mit dem Läbhol hier ein bisschen rumgehen. Und dann melzen wir die Rüte. So ist das. Einmal, ich hoffe, der Bärer war ja nicht, wenn er in der Kamera ist, aber kriegt es dort. Und dann hier auch. Ich habe es eng mit dem Läpel nähert. Hier kriegt es auch, dass wir ein bisschen eine Lähen haben. Wir werden auch nicht dort verschneiden. Kriegt es dort. Und dann gehen wir hier die Lähen mit einem Läpel, mit einem sehr feinen Läpel. Du hast es dort. Und dann auch die Rüte schrauben. Und dann kriegt es dort. Und dann müssen wir das Fleisch ernähren. Da kriegt es, was er vorhin. Dankeschön. Na ja, wir setzen dort Fleisch in die Ätschaken und alles das fern. Jetzt wo die Zucchini, die Karpst, Kalabasita vollstaben. Okay, hier habe ich ein bisschen Dich ergeriert. Ich schlafe eine Ära. Mit ein bisschen Mehl, Saltenpapier. Und ein bisschen Rühe Dich. Und dann, äh. Da wird es, äh. Die Ewa schrauben über die, äh. Die Karpst mit das Fleisch. Ich will ihnen ein bisschen sowiesen. Und dann, äh. Und dann, äh. Du haben ein bisschen Stort. Und ein bisschen Fein, Ewa schrauben. Und äh. Und ich weiß nicht, die mir dann das, äh. Äh. Brotten. Äh. Und äh. Und fahrt. Oder ich. Dann. Backen. Und dann. Das ist nicht ganz so schmürzig. Und dann, äh. Wir haben uns sehen, wie das wieder geht. Oder ja. So, laut. Ich habe die Ola vollgeschraubt. Voll Fleisch. Und dann. Der Rüte. Backen. Und dann. Ich weiß nicht, wie das sieht, wenn ich, äh. Gorn. sein. Okay, wir haben hier oben über 350 Kronen. Und hier haben wir eine Schiefelreite, da kann ein bisschen Paprika, das ist der Schmuck, und das ist der Schmuck. Und da hat das dicht übergeschraubt, und jetzt werden wir auf den Bagen. Und da werden wir uns ein werdet. Okay, da werden wir mal diese Kalabasita, Zucchini oder Karpz, vollgestrappte Karpzschmacken. Wir haben sehr dankbar sein für das. Und wir haben uns ein werdet schmackt. Ich hatte ihn nur eine Stunde gebackt. Bedürflich nicht so lang, aber 350 Kronen gebackt. Und hier kennen wir auch das Schiele Regenung. Hier kennen wir einen Dippert Pfadbrüden, wobei eigentlich von der gebackt. Und wir haben uns ein werdet da. Oh, wuhu. Das ist ganz schön. Es schmeckt wirklich schön. Es schmeckt auch sehr dankbar. Es schmeckt noch ein bisschen Wacke Molle, oder ein bisschen Backe Molle, oder ein bisschen Cilantro, oder Pico de Gallo. Es schmeckt sehr schön, wenn einer da vielleicht sogar am Bett in den Peper schaut. Juhu. Ganz schön. Es schmeckt wirklich schön. Merkt er doch. Es ist mal Corona, es ist bloß einmal Soziale. Bis zum nächsten Mal.